Musik Hier bei uns in der Zweiradwerkstatt werden wir Projektaufgaben machen, die situationsbedingt sind. Ich sage mal, Schaltung einstellen, Bremse einstellen, Bremse entlüften. Also typische Arbeiten, die bei der Wartung eines Fahrrades anfallen. Also hier im Elektrobereich werden wir das Thema Netzwerkverkabelung angehen. Das heißt, wir werden die Anschlussdosen, die Kabelkennelerne, werden es so richtig ordnungsgemäß beschalten können, dass solche Dienste wie Video, Bild, also für Fernseh und Internet über so eine Anschlussdose möglich sind. Das Ganze wird in Zusammenarbeit mit den Auszubildenden stattfinden, dass das einmal gezeigt werden kann, wie man richtig solche Anschlussdosen beschaltet, ordnungsgemäß. Und vor allem, dass sie auch die Funktionen haben für hohe Datenraten. Musik 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 Musik